Problem ist meistens, wenn die Mau sagen, dann sagen andere Mau Mau und dann haben die gewonnen. Und jetzt ein Kaninchen Kopf. Oh, das könnte ich auch machen. Ich will auch einen anderen Kopf. Was auch immer ich jetzt bin. Okay. Ich will noch nicht. Ja, nee, dann prob ich auch nochmal genau. Ich nehme jetzt das Kaninchen. Ich bin jetzt ein Kaninchen. Oh, okay. Ops. Bam. Ketteplatt. Sehr gut. Geh weiter, Hase. Geh weiter. Wohin? Nach rechts. Nimm keine Rücksicht auf den Grumpy Old Man. Das ist keine schöne Situation da drüben. Ich wurde noch nie gerne gesteinigt. Ja, ist aufgehalten. Natürlich auch eine Möglichkeit. Das ist aber ein Portal da drüben. Nimm das mal. Oh, okay. Das ist scheiße. Das ist das, wo die Steine rauskamen. Das hast du da gebaut. Das ist ein Bug. Ein Bug. Reiche dir die Hand. Ich habe dich auch gestummt. Komm herüber. Ich will ja. Aber der Hase will nicht. Jetzt wird einfach nur noch gepämpelt, ne? Okay. Es gibt mehrere Wege. So. Ich habe das Gefühl, wir brauchen Steine. Und hier kommen wir hin, ohne dass wir Steine brauchen. Okay. Warte. Hm. Bringt mir aber so nichts. Das ist mal weg. Irgendwie. So. Damit ich wieder bei dir bin. Oh, nö. Ich habe eine Idee. Halt Abstand. Ja. Fuck. Dann. Halte Waffe. Ich versuche dagegen anzukämpfen. Nochmal. Das Problem ist, wenn ich nicht genug Abstand habe, mach das. Ach, komm schon. Es ist... Komm nochmal. Nein. Ich gehe davon aus, dass wir da irgendwie hoch müssen. Nein, da ist nichts. Guck. Okay. Ich glaube nur Rückweg. Soll ich einen Stein von drüben holen? Ah. Ja, wir brauchen die Dinger. Was für die Dinger. Ja, das, wo hier oben der Laser gegen geht. Oh. Okay. Komm mal. Komm mal. Jetzt ist das so dran. So. Ich brauche dich hier oben trotzdem. Und ich glaube, das Ding brauche ich auch erst nochmal. Nein. Doch, weil da oben ist Wind. Komm kurz hoch. Nein. Langsam zurückbewegen. Langsam einfach rückwärts. Okay. Okay. Ja, loslassen. Okay. Bleib einfach drüben. Den einen da unten brauchen wir noch, warte. Okay, das ist... Wir haben keinen Wollknäuel. Die Frage ist, wie sollen wir da nochmal rüberkommen? Gar nicht, aber es ist hier oben. Oh, da wäre von oben irgendwo ein Geheimgang gewesen. Ja, okay, mit dem richtigen Winkel könnte es klappen. Was meinst du? Ja, auf dem Eis ist halt scheiße mit dem Rutschen. Okay, ich habe nur einen Sprung, das ist zu wenig. Hier stoppen wir nicht. So war ja leider kein Knäuel vor uns, Bum Bumsan. Ah naja. Haben wir ja genug Knäuel, ne? Ausgeknäuelt. Das A plus ist so nah, dass ich ihn sohle, und es schmeckt gut. Ich weiß noch nicht, ach so. Wir werden den Stein brauchen. Und jetzt musst du eine Leiter bauen, genau. Oh, okay, verstehe. Oh, das war knapp, das war riskant, was du da gemacht hast. Warte, ich bring das Ding mit. Ach so, das kann ich ab hier nicht mehr mitnehmen. Oh Gott Ja, Sekunde Ich versuche mich zu positionieren Und du wirfst ihn mir zu Also wir brauchen ihn ja auch Ich glaube schon Ja, hier drüben zum drauflegen Aber lass mal hier links Aha, ich spring da drauf Okay, warte, Timing Okay Okay, perfekt, gut gemacht Das Ding kommt nicht mehr Das ist weg Aha Schon fies Ich weiß Aber manchmal muss man halt auch fies sein Oh, Moment Fuck, ich hab das falsche Heid Nee, irgendwie will ich wieder zurück Nee, doch will ich doch nicht Okay 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 Wie wollen wir dagegen? Über meine Leiche? Okay Nee Das kann bestimmt Spring du mal vor Es muss noch einen anderen Weg geben Ach, vielleicht einfach werfen Ja Manchmal steht man echt Das bin ich nochmal vor Oh god Oh god Ja 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 Okay, ich brauche das Fluffer. Ich bin da. Ist in Ordnung. Ich habe den Letzten. Okay, dann müssen wir nur noch durchkommen. Schmeiß mich einfach. Stop doing that! Ich komme nach. Eins noch, dann gehst du wieder einkaufen. Das ist ein Gem. Okay, ich brauche dich hier. Willkommen zurück. Will auch hoch. Nimm doch die Dinger an der Seite. Okay, ich bin unterwegs. Ich fände es immer sehr, sehr toll, wenn man versucht, so etwas hinzubekommen und es endet einfach ... Oh, ich habe versehentlich einen Gem gefunden. Wollte gucken, ob ich von da aus hinkomme, aber da kommt man wohl von unten dran. Gucken wir uns. Oh Gott. Der falsche Weg. Einer von uns muss da rüber. Nein, ich bin da noch. Ja, nein. Ja, nein. Na gut. Da! Immer du. Nein, jetzt ist der ganze Tag drüben. Keine Sorge, bin gleich wieder da. Einer von uns muss da rüber. Rüber, da rüber. Zu dem Jam. So. Du weißt nicht, was unten. Jetzt bin ich weiter oben. Fack. Versucht man die schon umzubringen und dann stirbt man nur selber. Fack. Wir stellen uns gerade aber doof an. Und du? Jetzt können wir weiter. Wenn ich nicht will. Dann sterbe ich einfach bis in alle Ewigkeit in einem Zyklus der Unzufriedenheit. Nein. Nein, da oben ist Ziel. Da wollen wir noch nicht. Stimmt. Okay, das war ziemlich lustig. Irgendwie will ich so auch nicht. Okay. Der Mann kann's. Aber ich weiß immer noch nicht, wie du da weiter willst. Muss irgendwie da drüben dran. Ich hab keine Ahnung. Milk, milk, Nemanade. Find the hat and go get pet. Ja, nimm den mal. Ich will ihn nicht. Ich fürchte fast, dass da drüben ist ein Job für zwei. Dann. Fuck. Kommt er ja nicht hin? Ja, guck zu, wie ich's mache. Ja. Schau ich nie. Gib ihm einen Kuss und leg ihn in einen Platz. Ich weiß nicht, wie ich's sehen. Ich weiß nicht, wie ich da drüben hochkommen soll. Wenn... ...wenn überhaupt. Ja, wie soll ich denn dir da helfen? Ich würde sagen, es geht da drüben vielleicht weiter. Nee. Ich würde das nicht. Oh, jetzt bin ich reingegangen. Nein. Den Jam oben noch. Ah, ich wollte es. Hab's versucht. Nur B. Nee, das können wir nichts auf uns sitzen lassen. B ist nicht in Ordnung. Ja, laid's mir nicht. Also. Ich werde auch einen Laborge Gut und und dass alle Böden mehr,